Der Orden vom Goldenen Sporn, ursprünglich Orden der Goldenen Miliz, ist der zweithöchste Orden für Verdienste um die römisch-katholische Kirche. Er wird unmittelbar vom Papst verliehen. Man liest selten auch die Bezeichnungen Orden des Goldenen Sporns und Orden zum Goldenen Sporn. Offizieller Name ist Ordine dell'Oxperon d'Oro, auch Ordine della Milizia Aurata. Mit der Bezeichnung für seine Träger Ritter vom Goldenen Sporn ist nicht der Orden der Ritter vom Goldenen Sporn zu verwechseln. Entstehung und Verleihung Der Orden vom Goldenen Sporn ist heute ein auf 100 Mitglieder beschränktes Abzeichen. In der Zeit von 1558 bis 1759 wurde der Orden aber nicht nur vom Papst, sondern auch von höheren italienischen Adeligen verliehen. Die Verleihung erfolgte vorwiegend an Künstler und Architekten, die damit für ihre Verdienste um die katholische Kirche geehrt werden sollten. Verbunden war damit eine Ernennung zum päpstlichen Hof Pfalzgrafen. Ein Beispiel dafür ist der brandenburgische erste Hofbaumeister Christian Eltestehr, der für die Mithilfe am päpstlichen Palazzo Monte Zitorio 1694 von dem Herzog Comitibus Esforza den Orden verliehen bekam. Die Praxis wurde 1815 eingeschränkt und 1841 unter Papst Gregor XVI. dann aufgehoben. An einem roten Bent hängt das auf einer stilisierten goldenen Rüstung befestigte Malteserkreuz mit einem angehängten goldenen Sporn. Er entwickelte sich aus einem Abzeichen der Ritterorden, jedoch sind Stifter und Stiftungsjahen nicht bekannt. Eine frühe Erwähnung findet sich in der Familiengeschichte der Familie von Einsiedel. Der sächsische Obermarschall Hildebrand von Einsiedel, Herr auf Burg Nannstein, erhielt die Würde eines Ritters vom goldenen Sporn. Die jetzt gültige Form der Verleihung wurde durch die Reformpapst Pius X. am 7. Februar 1905 festgelegt. Es gibt ihn nur in einer Klasse. Den Orden vom goldenen Sporn können sowohl Laien wie auch Kleriker aufgrund von persönlichen Verdiensten sowie im Rahmen diplomatischer Gepflogenheiten erhalten. Stellung innerhalb der Rangordnung Es gilt folgende Rangordnung der päpstlichen Verdienstorden und Ehrenzeichen. Christus Orden Orden vom goldenen Sporn Pius Orden Gregorius Orden Silvester Orden Pro Ecclesiae Pontifeis Bene Merenti Jerusalem Pilgerkreuz Bekannte Ritter Siehe Ritter des Ordens vom goldenen Sporn Privilegien Die Träger des Ordens vom goldenen Sporn waren berechtigt den Titel Kavaliere vom Sporn zu führen und wurden in Briefen mit Sacri Palazzi Icomaicei Iquiz Aurati angeredet. Kavaliere durften hoch Soros in eine Kirche einreiten. Kavaliere wurde mit Ritter verdeutscht, doch von den drei genannten Rezipienten Glück. Mozart und Detersdorf machte lediglich der erstere von diesem Privileggebrauch, Verleihung durch die Herzöge von Esfurt Saar. Papst Paul III. Verlieh 1539 seinen Neffen, den Herzögen von Esfurt Saar, Grafen von Santa Fiora und ihren Nachkommen das Privileg, Ritter vom goldenen Sporn zu ernennen. Der von ihnen verliehene Titel war zeitweise für wenig Geld zu bekommen und nicht angesehen.